Was war schon wieder los? Spiel hat noch nicht mehr angefangen, ich hör schon fuck hier, fuck da. Ja, weil ich auf mein Loot, wenn du dich einloggst, ist dein ganzes Zeug da oder ist das weg? Wie weg? Bei mir muss ich das immer wieder einsammeln. Ja, ist halt so. Bei dir nicht raus? Nee. Da ist halt ein Unterschied zwischen Playstation und Switch. Geht halt nicht alles umsonst hier. Ein paar Perks, verstehst du? Ein paar Perks. Was ich mich gerade wundert, du hast schon die Treppe kaputt gemacht, ne? Welche? Hier, gestern, äh, letztes Mal. Ja, ich bin lokt geworden. Ja, aber warum ist das ganze Ding nicht runtergeflogen? Weil da in der Mitte eine Treppe ist auch noch mal. Vielleicht hält die das dann zusammen. Ach so, okay. Deswegen. Weil ich wollte weg springen, aber jetzt macht es keinen Spaß mehr. Das ist eine Höhle. Ich habe eine Höhle noch gefunden und da habe ich das dann, ähm... Connected. Connected. Aber ich bräuchte tatsächlich... Was brauche ich eigentlich für den letzten Level? Letztes Level für unsere Dürfle. Für unsere Dürfle. Oh, 30 Saphir. Ich habe fast nichts mehr, oder? Und ein Hydra. Du, 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 du. Was ist Marmor? Sechser, vier. 24 brauche ich. Ach. Muss ich Essen mitnehmen. Sonst kratze ich hier ab. Ja. Granit. Das kriege ich hier ab. Du, du, Hydra. Granit. Du, 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 du. Ein bisschen Weg. Ja. Ich muss essen. Take me home. To the place. I belong. Und. Da geht's. Immer nach oben. The only way is up. Up, up. Knocking on Heaven's Door. Knocking on Heaven's Door. Knorzelstuck. West Virginia. Oder heißt es California. Oder heißt es. Kann ich noch nicht auf der Sleut. Where I belong. Where I belong. Wie geht's weiter? To a place. And we know. West Virginia. Not in. And not in. Not in. Not in. Not in. Not in. Wunderstuck. иновat. Virginia Ich werd gejagt Was läuft denn die so langsam Wir schießen die noch, hä? Wer schießt? Die Skelette Woh, wo war's? Woh, wo war's? Duh, duh, duh Duh, 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 duh To a place I belong West Virginia Mountain Mama Ich hör irgendwas Schlimmes Wie du hörst was Schlimmes? Irgendwas kommt näher und will mich angreifen I can feel it Wo bist du? In der Höhle Achso Petra 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 Komm schon Give me stuff Nichts Okay Da noch mal nix Okay, da geht's. Wir bauen weiter. Das ist so top. Das ist so viel zu finden. Das ist so viel zu finden. Ach so. Ich war ja hier schon. Ja. Oh nee. Nee. They are everywhere. Er hat mich gesehen. Oh man. Lass mich. Ich. Oh nee. Oh nö. Das ist Sophia. Aber hier ist ja alles. Das sind lauter Sophia. Aber der Armada folgt mir. Ein Viecher oder was? Ja. Ein Viecher. Alter. Uh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich versuch zum Ausgang zu rennen. To alone. To a place. Beste Verteidigung. In der Ecke kauen und weinen. Ich muss sagen. Bitte. Bitte seh mich nicht. To a place. Die scheiß Himbeeren bringen aber auch gar nix. Das ist nur kurzer Spaß. Gabs halt nix anderes. Gabs halt nix anderes. Gabs halt nix anderes. Jetzt hab ich wenigstens Chilis. Das ist auch praktisch. Er ist survived. Ah, der Skelett ist da unten und chillt, Alter. Beide. Willst du mich verarschen? Was hast du an diesem Feiertag gemacht? Gechillt. 15 Videos hochgeladen. Was hast du alles gespielt heute? Ne, die ganzen Öffnen, die ganze Scheiße da. Achso, wie hast du das jetzt gemacht? Mit Handy nur oder wie? Ja, ne. Hochgeladen mit Handy und dann halt bearbeitet mit... Wie heißt das? Am PC. Ah, ok. Weil du erst meintest, das ging nicht öffnen oder sowas. Ja, ja. Ultra HD und so ein Scheiß. Irgendwelche App braucht man dafür. Ach, keine Ahnung. Scheiß Windows. Im nächsten Leben Apple oder was? Ne. Niemals. Niemals. Komm, dreh dich. Komm. Dreh dich, one one. One one. Mano e Mano. Do something. Katastrophe. I survived again. I survived. I survived. I survived. Der Mensch. Der Scheiß da. So. Ich kann jetzt so 4 abbauen. Die Skelettwölfe habe ich weggelockt. Und die ganzen anderen habe ich gekillt. I used 100% of my brain. Ich habe zu viel. Ich habe zu viel. Ich habe zu viel. Der eine nur. Der eine nur. Alpt ей. Der eine nur. Der eine nur. das ein road. Und dann aber. Der andere Mobionyö. Teller. Der andere ist sehr glücklich drin. wenn es hier schon rumliegt ne aber ich glaube wir sind zu wenig das ist scheiße was ist dazu wenig saphire und ich bau 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 mir ein flieger was so ein freier tag mit gemacht du singst du hast gute laune natürlich hast alles vergessen was in der arbeit passiert was ist die sorcerie was ist die sorcerie 3 time there is no sorcery it's the beauty of 3 freedom las vegas so was noch ein paar gefunden da ist die treppe hopp hopp gib mir saphire er braucht saphire saphire und zwar nur das beste vom besten oh Komm, gib mir mehr Saphire. Alter, ich hab nur zwölf. Für was brauchst du denn jetzt? Taub auf Level. Achso. Auf Level 10. Dann haben wir das so fertig. Das ist fertig. Ja. Alright. Hat hier wenigstens einer gearbeitet. Ich baue unser Verbindungsstück. Ach. Das brauchst du, weil du immer stirbst. Ich baue Verbindungsstücke, um bestimmte Annehmlichkeiten zu haben. So Survival und so, ne? Survival. So. Da ist noch ein Saphire. Sehr schön. Thank you very much. Das reicht. Das Ding jetzt ist, das ist ne kleine Höhle. Aha. Und hier ist nix mehr. Wie viel brauchst du noch? Einiges. Doppelte. Ich hab 14. Einiges ist hier. Irgendjemand lebt hier doch noch. Ah ja, sag ich doch. Ist wieder aufgetaucht. Der Piso. Okay, komm schon. Oh man, hier ist auch nix mehr. Das ist doch scheiße. Scheiße. Ach, voll, war nix. Pedro, Pedro, Pedro. Komm schon, Saphire, 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 Saphire. Eisen. Ui, Skletze. Zweigleich. dieses krebswölfe sind mega schwer das geld wölfe ja sag ich doch denkst du ich habe gegen normale skelette wie du probleme nein ich bin ein höheres level mein niveau und ein niveau ist okay aber ich hab noch nie welche gesehen ja wenn du mal weiter draußen laufen würdest und nicht immer nur drin ich befinde mich auch nicht in den gefilten in die du umher ziehst in welchem gefilten the one only the one only hey noch einer you don't know the capacity the capacity komm her nerven säge so oh saphir this is nice they call me young blood ich habe ein käso was bringt ein käso der ist lila also käse jetzt ja der ist lila aber es steht ja noch mal dran glaube ich oder da steht einfach nur käse plus sechs leben plus fünf nahrung wahrscheinlich nur wenn du müde wirst chakka chakka kannst du dir gönnen ach so also kein chakka chakka glaube ich vielleicht finde ich doch mehr saphir ich habe hier noch mal zwei gefunden bist du noch tiefer der will das ja ich dachte wir klein aber ich habe noch ein kleiner eingang gefunden da hat sie sich mir erweitert that's what she said she opened up so da unten leuchtet irgendwas ich hoffe da sind keine skelette skelette also wölfe meine ich alle anderen skelette mache ich hier kaputt wie nichts oh saphir 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 oh nee was los jetzt sagt es mir dass das gebäude zu groß ist you don't have the capacity also sieht so aus oh wie doof keine angst ich komme bald mit saphir aber wenn ich hier aber meinst du das ja damit zu tun nein natürlich finde ich aber wenn ich hier eine treppe nochmal ansetzt ob das dann nicht trotzdem geht weil es wäre ja ein neues gebäude oder nicht let's try this meinst du pfeiler bauen? vielleicht musst du es nur irgendwo den boden berühren weißt du? ja meine ich ja dass ich einfach eine treppe dann hin baue und dann achso mit der treppe willst du? ja oder? also wenn meine ich hier gewesen versuchst du einfach mal ähm wäst wirginien wäst wirginien wäst wirginien Wrong turn Der Charakter ist im Weg Er lässt mich nicht dran lohnen Da ist Eisen Truhe Hm Komm Sophia Why are you not helping me? Why? Why? Jesus, Jesus helf uns Why are you doing this? Why are you doing this? Warte jetzt schon wieder Ich hab den Good Old Metall Schade Mach ich auch noch voll Weil ich glaub Saphir finde ich nix mehr Schade Schade So viel I take it back Take it back Take it back Oh shit Ich hab kein 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 Holz Oh 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 Ich hab die Ich hab die Ich hab die Komm schon Perfekt Uiuiui Was los? Hier ist voll Etwas Das war 4 Bist du noch tiefer praktisch? Natürlich Ich kenn keinen zurück Du kennst schon meine Devise Do or die Never go back Es gibt keine halben Sachen Du or die So Jetzt schon wieder So So Jetzt sind sie aber blöd an der Decke Du musst hier ein paar Sachen bauen Da musst du weg Hoch Klettern Klettern CC Romance Ja Glaub ich mal Ich hab erst zwei Chapter gelesen Wie du Der Zeichen Der Zeichenstil Der Zeichenstil sagt Romance Kann aber alles sein Aber School Romance oder? Nja Es war aus der Schule Es war einfach zwei Dudes und eine Tusse Aber wirklich Was geschehen ist nichts Achso Ich hab's auch überflogen War gestern Abend Ich bin fast eingefallen Ich fühl immer die ersten zwei drei Chapters überfliegen Ja Wenn du da nicht huckt Dann huckt es sich Ich halt so Passiert noch nichts Wo ist Mein Holz Aber ich hab Anime geschaut gestern Aha Ah wie hieß der Ich schwör mit dem Namen Das ist so schwer Weil die alle irgendwann gleich werden Aha Auf jeden Fall Isikai Der ist In eine andere Welt gekommen Ist super stark Ja Und besiegt so eine Dämonenhundin Und die wandelt sich dann in eine Frau Weil der mit ihm zusammenleben will Weil er so stark ist Und dann sagt sie immer Auf Deutsch immer Mein Götter-Ehemann und ich So was ist das? Aber Er ist auf Crunchyroll oder was Ja Warte Ich weiß nicht wie solche Schau Ich weiß es nicht Die hat so weiße Haare Ist so ein Götter-Dämonen-Armee Aber er will nicht kämpfen Er will nicht bei den Dämonen mitmachen Nicht bei den Menschen mitmachen Einfach nur chillen Dann kriegt er so vier Schülerinnen Ja Und die Frau ist immer eifersüchtig auf die vier Schülerinnen Und guckt immer so Weil der hat so dem Magiermädchen so ein Ring geschenkt Ja Ja Da hat er auf den Zeigefinger glaub ich drauf geschenkt Irgendwie sowas Gell Und jetzt zieht er runter Und will auf den Da wo man den E-Ring hinmacht weißt Also dieses chillen in another world with Das kann sein Das kann sein Ja genau das kann sein Das Ja ich will das auch mal anfangen Aber ich bin noch nicht dazu gekommen Aber Es ist eigentlich so dumm aber ich muss die ganze Zeit lachen Da wo sie bei Episodes Da wo sie bei Episodes Ich bin bei 6 oder 7 Da wo eigentlich steht Episodes 8 Ja Ich bin kurz vorm Aktuellen Ja Erste vier Folgen habe ich Deutsch geschaut Dann gab es kein Deutsch mehr Dann habe ich zwei Folgen Englisch geschaut Dann gab es kein Englisch mehr Letzte Folge japanisch geschaut Alle Sprachen durch immer Und Die wollte halt den anziehen auf dem Ringfinger weißt Da wo man heiratet ist Ja Und gleich bevor ich sie so anziehen konnte War die Weißhaar-Rege Frau Hitler hat auf sie geschaut Was machst du da? Und richtig mit dem bösen Blick und so Da muss ich wieder lachen Dann kommt der Dämonenkönig Und will was von der Blonden Okay Aber die Blonde sagt dann so Dass eine Menschenfrau so Seriös oder irgendwie so gelassen sein kann Wenn ich da bin Unglaublich Sie war einfach nur unwichtig Und er hat sich in sie verliebt Und er will immer sie besuchen kommen Dann sind die abgehauen Wegen den Menschen Und der Dämonenkönig hat es mitbekommen Und jetzt kann er seine Geliebte nicht mehr so sehen Also die wo er liegt Die Blonde Er rastet aus und sagt jetzt mach ich Krieg mit den Menschen Weil er die verscheucht hat Irgendwie sowas Das ist so dumm aber ich find's so geil Ist irgendwie lustig Ist irgendwie lustig Aber ganz ehrlich Die ganzen Isigkeits wo ich schau Die sind lustig und so und so Aber du kannst ja den Namen nicht merken Ich weiß nicht mehr die Namen Ich weiß nicht mehr wie die Hauptcharaktere heißen Du schaust 12 Folgen durch Aber das vermischt sich in deinem Kopf Alles zu einer gleichen Masse Weil es ist so ein Überschuss Von diesem Isigkeits und sowas Aber das stimmt ja wirklich Ich glaub allein jetzt glaub ich Bei dieser Season ist da ganz viel dabei Jaja mega Die melken das Ding wie noch Und ich find's geil trotzdem Es macht Spaß die zu schauen Ist mein Genre Mir gefällt's Aber ich sag dir Wenn du mich fragen würdest Den Unterschied zwischen den letzten drei Die ich geschaut hab Ich wiss es nicht Ich könnte ja nicht sagen Welcher Portugalist wo mitgespielt hat Ich könnte ja nicht sagen Und was ist dagegen Wenn du mich kurz danach fragst Wo ich weiß Wo ich wie jetzt so Dann weißt du ja ungefähr was geht Aber wenn du mich so In drei vier Boten fragst Ich würd einfach nur sagen Die sind geil gewesen Ich hab's enjoyed Aber mehr auch nicht Okay Ich wüsste nicht wieso Weswegen Keine Ahnung Ich wüsste nicht wieso Du wüsstest nicht wieso Warum habe ich es gesehen Warum habe ich es gesehen Warum habe ich es gesehen So, wo sind die Treppen mal wieder? Re-Monster habe ich angeschaut, gestern noch. Ja, oder war ja nichts, also die Folge war jetzt nichts besonderes so. Nee, war aber okay. Ja, ja, war ein guter Spaß, aber... Ja. Und noch irgendwas habe ich geschaut. Siehst du? Das war auch in diesem Kanal, ich vergesse schon was es war. Das Tumachi-Light habe ich gesehen gerade bei dir. Tumachi, Tumachi-Light, irgendwie sowas. Ah ja, Moonlight Fantasy oder sowas heißt es, ja. Du kannst auch kein Englisch mehr, ne? Ich habe das so oft gesehen, aber ich denke immer, das heißt Tumachi, Tumachi... Ja, das heißt auch irgendwie so, aber ich glaube, auf Deutsch heißt es, oder auf Englisch heißt es Moonlight Fantasy, irgendwie sowas. Also ich habe ja nur den Dings gesehen, den... Das war ganz okay. Wie geht der Anfang, aber dann verfärbt es sich so ein bisschen. Okay. Weil am Anfang fand ich es cool, das hat zusammen so Gefährten, hatten so einen Dracht besiegt, die wurde dann zu seinem Gefährten und dann zu so einem Menschen. Ja. Dann so eine riesen Chaos-Spinne oder so eine Verwüstungsspinne wurde dann zu seinem Gefährten und dann verfärbt es sich so ein bisschen, alle trödeln nur rum und... Das hat mit dem Anfang schon gefallen und dann... Jetzt schaue ich es einfach nur, um aktuell zu sehen. Auf dem neuesten Stand. Ein paar Witze und so sind auch immer dabei und so. Ja. Aber dann kommt wieder das alte... Die wollen was von dem und der ist wieder nicht manns genug. Okay, also das klassische. Ja, ja. Das nervt immer so ein bisschen. Wo war dieses... Wo konnte man diese... Oder war das da? Dieses Sprungbrett... Wo konnte man das... Ich habe das gesehen, aber... Ich habe keine Ahnung, man muss es suchen. Was ist Werkbank? Ich glaube, die Werkbank ist gar nicht nur... Die andere ist am neuesten, glaube ich. Okay. Okay, okay, okay. Da muss ich hier irgendwas, was wir noch mitnehmen sollten. Jetzt muss ich noch in die Richtung, oder was? Oh Mann.